Ahahaha! Yeah! Ah! Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Conor McGregor ist wirklich ein Fall für sich, wenn es um den Kampf gegen Michael Chandler geht. Es sind so viele Fragen offen, so wenig Antworten haben wir bekommen in Bezug auf den Fight von Conor McGregor. Wir haben ja von ihm schon ein akkurates Statement bekommen, was passiert ist. Er sagte, aufgrund einer Verletzung musste ich den Kampf gegen Chandler kurzfristig absagen. Jetzt sind aber erneute Fragen aufgekommen in Bezug auf den Kampf von Conor aufgrund von Fotos, die veröffentlicht wurden, vor und jetzt nach dem Statement, Freunde. Die natürlich für Verwirrung sorgen, denn es sieht so aus, als ob Conor McGregor irgendwie gar nichts hat. Aber darüber sprechen wir jetzt gleich in diesem Video. Lasst an der Stelle gerne ein Like und ein Abo da, weil rund 70% von euch dies noch nicht getan haben. Lasst uns weiter Gas geben und vielen, vielen Dank für diesen Support. Vor ein paar Tagen, vor ungefähr 3-4 Tagen kam ein Foto raus von McGregor, wie er mit Fans Bilder gemacht hat. Und ja, diese Bilder sieht man hier ganz klar mit zwei weiblichen Personen auf dem Foto. Und dort ist dann etwas aufgetaucht, wo es dann hieß, ja, McGregor hat hier gewisse Probleme an seinen Beinen. Er trägt Kompressionsstrümpfe. Ja, und diese Kompressionsstrümpfe sind natürlich ausschlaggebend für gewisse Krankheiten oder halt Verletzungen. In Conor McGregors Fall haben die Leute geschrieben, dass es sich möglicherweise um ein Blutgerinnselproblem halten könnte. Plebitis oder Venenthrombose. Ja, dass sowas bei McGregor halt irgendwie aufgetreten ist, halte ich persönlich für unwahrscheinlich. Kann natürlich auch sein, dass durch diese Kompressionsstrümpfe einfach die Durchblutung gefördert sein soll, weil McGregor sein Bein nicht nochmal gebrochen hat, sondern einfach irgendwie sich gezerrt hat oder überdehnt hat oder sonst irgendwas dergleichen. Das würde natürlich die Durchblutung letztendlich fördern und das könnte natürlich den Heilungsprozess für McGregors Bein oder Beine beschleunigen. Jetzt hat er nochmal ein Foto gepostet. Auf einmal hat er eine Glatze, Freunde. Also McGregor hat wirklich auf jedem Foto gefühlt eine andere Frisur. Viele haben jetzt unter diesem Foto geschrieben, dass McGregor gar nicht verletzt war, sondern lediglich eine Haartransplantation gemacht hat und deshalb etwas mehr Regenerationszeit braucht. Hier in diesem Bild sieht man auch keine Kompressionsstrümpfe mehr. Er zeigt hier auch bewusst seine Beine und sein Sohn, weil Vatertag war. Und ja, dort sieht es tatsächlich so aus, als ob McGregor keine gravierende Verletzung an den Beinen hat. Wie schon gesagt, vermute ich, dass es tatsächlich einfach eine Überdehnung oder eine leichte Zerrung, vielleicht angerissen war oder sonstiges. Letztendlich ist es so, dass wir es nicht genau wissen. Man kann nur spekulieren. Kann auch sein, dass McGregor einfach aus anderen Gründen Zeit rausholen wollte. Wer weiß das schon. Aber gut, dass er sich die Zeit nimmt, damit er auch zu 110 Prozent wieder kämpfen kann und nicht eine Wischiwaschi-Performance hinlegt. Wer weiß das schon, Freunde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Was sagt ihr zu diesem Ganzen? Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.